Bald war uns klar, dass wir am 1. April 1999 unsere erste und letzte Probe hatten, mit diesem technischen Equipment. Manchmal verspüre ich noch immer unkontrollierbare Muskelzuckungen von den zahllosen Stromschlägen der damals offenliegenden Starkstromkabel. Also nahm jeder von uns diverse Hypotheken auf und spendete diverse Organe. Seitdem ist Heuge stolzer Besitzer eines Hundsherzens, um uns neue Instrumente zu beschaffen. Untertitelung des ZDF, 2020